Heute habe ich Fini Burger Gum, also Burger Kargummi, mit Ketchup-artiger Füllung. Ah, eine spanische Firma ist das? Ich dachte eigentlich italienisch. Und ich möchte noch einmal Spiele machen, ich möchte гоrei, ich möchte einfach in die Zettelung das Schussplägen, ich will einfach mal an den Niemals und die Zettelung, ich möchte mit dem Tö % in die Zettelung das Kuchen kommen, ich sage, es ist gut. Ich möchte mich, man wie Pode und Sie, So. Das ist lecker, aber es ist richtig lecker. Keine Ahnung, wonach es schmeckt, aber es ist richtig lecker. Jetzt vor ein paar Tagen hatte ich auch die Kaugummi mit Melone, auch in Melonenform. Das war auch richtig gut. Das kann ich euch auch wirklich empfehlen, das ist richtig lecker. Sehr lecker. Heute habe ich Haribo Grain. Also, Augummi mit Wasser. Gab es bei Penny für 1,99.